baffhut ja baffhut braucht noch nicht bei denen hier noch nicht echt? echt ja egal schluck alles was ich haben kann alles was ich haben kann ne ist klar man alles was ich ne ich kann buff mehr was für ein buff war die auch grad fragen was für ein buff ja hier den gegen buff da magic find oder gold oder so genau oaw oaw Wenn es sonst keine Probleme gibt Ja, wenn wir den hier legen und ich hab 10% mehr Magic Fallen Was ist los? Ja, das heißt aber nicht, dass du gleich 10% besseren Loot kriegst, sondern Nee, 10% mehr Glück auf guten Loot Noch nicht mal das Ja, Einbildung ist auch eine Bildung, oder? Hast du mir doch mal ein bisschen Hoffnung, ey? Ja, und es gibt zuletzt, ne? Ja Finde dich ab mit komischen Nein, 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 ich finde dich nicht ab Zerbrochene Löffel Heugabeln Alles, was so graue Schrift ist Und mit Taschen in Kisten Wo dann auch wieder graues Zeug rauskommt So Geht los Grün im 9 Nein, 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 nein Fliege Die Flügel liegen alle hier Und Zittich Ich weiß Ich wollte mich selber daran erinnern Fast und haut's jetzt raus Ja, klar Komm her Angeguckt hat er mich Und aufhie Er spielt mit langen Bogen Obwohl er nicht mit langen Bogen spielen sollte Ey, ich switch da gleich rum Das ist nur von Anfang jetzt Bis er hier steht Ja, aber der macht Ach, scheiße, jetzt war ich Gelenkt Groschpferd macht mehr Schaden Du hattest den Lank, als du die Waffe gesagt hast Was macht mehr Schaden? Groschpferd Achso Bringt mir aber auch auf Entfernung jetzt grad nix, oder? Ja Du sollst ja auch nicht auf Entfernung spielen Ich spiel bei nur Nahkamp Ja, aber so viel weniger Ja, ist aber geil Oh Mann Aber jetzt mal so im Ernst So viel weniger Schaden Auf Toni habe ich doch auch nicht gemacht vorhin, oder? Äh, da ich deine Rotation nicht auswandlich kenne Weißt du, wie oft du hin und her wechseln sollst Hin und her wechseln Wechselt der Toni hin und her? Ja Ich muss, ich wechsel zwischen Kurzbogen und äh Dolch-Fackel Ja, und ich bin die ganze Zeit auf Dolch und Axt Und das ist äh, also ich bin da haut voll rein Also ich kann da zumindest, so gibt's da keinen großen Zeitpunkt Wo ich an irgendeinem Zeitpunkt keine Tasse drücken kann Weißt du, wie ich mein? Es gibt bestimmte Sachen, die ausgelöst werden Ja, ich werde mich dann, wenn ich, wenn ich dann ein Großschwert habe Äh, werde ich mich dann mal, äh, damit befassen Oh, Aufi Wie, wie, wie Eine 4100 Gold für mich Ich bin nur du, Andrea Dann bin ich aber so gut geflankt, nach hinterher Ich würde mich auch mit 2999 zufrieden geben Baustier Baustier Ja, was glaubt, was ich gemacht habe Wie, wie, wie Ja, welche Wie, wie, wie Wie, wie